Und wenn wir schon gerade so schön von Andreas sprechen, kommen wir als nächstes auch zu Andreas. Da freue ich mich sehr. Er hat auch eine kleine Überraschung mit dabei. Da verraten wir aber noch nichts. Das soll er euch mal sagen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon jetzt im Vorfeld total doll und sage Bühne frei für Andreas Leinemann. Und du sagst es nicht allein. Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday dear Donna Happy Birthday to you Happy Birthday dear Donna Happy Birthday to you 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 ihren lieben Kommentaren und der Ringo hat es ja so schön gesagt, also einen Song kann man auch in einer Woche mal fertigstellen. Also ich meinte, manchmal ist das nicht so einfach, eigene Lieder zu schreiben. Und im letzten Monat habe ich ja meinen neuen Song Goodbye to You, My Love vorgestellt und ihr habt wirklich sehr, sehr schöne Worte da gefunden, des Lobes, die mich angespannt haben, da auch weiterzumachen. Und so darf ich euch verkünden, ich habe den Mai einmal intensiv genutzt und habe in meinen Notizen gekramt und Songs geschrieben und rausgekommen sind neun neue Songs, die ich im Mai geschrieben habe. Und ich habe mit Leuten auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, die mit mir musiziert haben, die für mich Texte geschrieben haben oder mit mir zusammen Texte geschrieben haben. Und ich habe ein Album aufgenommen, eine CD aufgenommen, liege jetzt in den letzten Zügen des Missions und Masters, da reiße ich mir so ein bisschen die Haare aus, das ist gar nicht so einfach, das auf den Punkt hinzubekommen. Aber daran seid ihr auch schuld, dass ihr mich so weit motiviert habt und wir uns gegenseitig motivieren. Das ist wirklich eine schöne Sache der online offenen Bühne und da geht mein Herz, mein herzlicher Dank, mein Herz raus an euch. Vielen Dank dafür. Ich habe euch heute ein weiteres Stück mitgebracht, was dann auf der CD drauf sein wird, die ich wahrscheinlich beim nächsten Mal schon in den Händen halten werde. Es ist der Song The Wave. Es sind viele Meeresanspielungen dabei und ich hätte gerne ein Video gedreht, wo ich am Meer bin, aber das Leben ist kein Ponyhof. Ich war halt nicht am Meer und deswegen habe ich versucht, ein anderes Video zusammenzustellen, was genauso stimmungsvoll ist. Da wünsche ich euch viel Freude damit und mal was ganz Neues. Ich habe den Text mit eingeblendet. Also ihr könnt auch die Lyrics mitlesen, die eine Irene für mich geschrieben hat. Viel Spaß dabei und lasst uns so weitermachen. Bei vielen denke ich, ich kenne euch schon seit Jahren. Ich denke, es geht euch auch so. Ich freue mich darauf, dass wir uns in absehbarer Zukunft auch einmal persönlich begegnen und viel Spaß heute noch. Danke von mir an euch. Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.